Der Umstieg von Heizel auf Pellets ist schon sehr lange angestanden bei mir. Ich habe nur auf eine günstige Gelegenheit gewartet. Ich habe mich bei WONET.AT erkundigt, welche Anbieter es gibt und wo die Kompetenzen sind. Und da war Hohal bei mir jetzt irgendwie vorne drauf, also vorne im Kopf als bester Anbieter für mich. Und dann habe ich gesehen, dass über WONET.AT ein Gewinnspiel läuft, wo man Dinge zum halben Preis gewinnen kann. Und da war im Hohal eben einer der Preise und das war der Anlass, dass ich da gleich mitmache und überraschenderweise gewonnen habe. Der Hohal Pelletskessel ist ein österreichischer Qualitätspelletskessel. Er arbeitet vollautomatisch und modulierend. Das heißt, die Leistung des Kessels wird immer nach der Außentemperatur angepasst. Der Vorteil ist, man hat eine Biomasse automatisch. Das Pellets ist ein österreichisches Produkt, ein österreichisches Qualitätsprodukt und eine sehr umweltschonende Heizung. Worauf kommt es an? Auf was muss man achten, wenn man einen Heizkesseltausch vornimmt und es hat draußen minus 10 Grad? Dass man alles gut koordiniert, zeitgerecht, materialbesorgt und vor allem, dass man gute Leute hat, die das in einem Tag schaffen. Und das ist die Firma Hohal sehr zuverlässig. Mit diesem Malschalter ist es möglich, sowohl die Außentemperatur als auch die Vorlauftemperatur und die Kesseltemperatur abzufragen. Es ist relativ einfach, nur durch Anklicken der richtigen Position in das richtige Menü hineinzukommen. Es freut mich sehr, dass Sie mit unserer Leistung und von der Firma Hohal zufrieden waren. Ja. Und dass wir Sie auch weiterhin als zufriedener Kunde bei uns begrüßen dürfen. Roland, das war wirklich toll und Hohal hat da voll mitgespürt. Freut mich sehr. Danke. 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 Vielen Dank.